Manche Menschen werden schon mit echten Schicksalen geboren und so musste sich der kleine Ali aus Pakistan schon mit einem echten Problem rumschlagen, obwohl er gerade einmal sieben Jahre alt ist. Er hat eine sehr seltene Form eines Augentumors und mittlerweile hat er eine beachtliche Größe eingenommen. Er verlor seine Sehfähigkeit auf dem rechten Auge und wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, breitet sich die Krankheit enorm schnell aus. In Deutschland hätte man frühzeitig mit einer Behandlung beginnen können und dem Jungen so ein neues Leben schenken können, doch der kleine Ali lebt leider in Pakistan, wo die medizinische Versorgung nicht ausreicht. Experten aus Deutschland fürchten, dass der Junge den Tumor nicht überleben wird.